Vielleicht hier oben irgendwas übersehen? Nee, kann eigentlich auch nicht sein. Hier ist noch ein Panzer von mir. Nee, ist es das Reparaturteil? Ja. Hier scheint aber auch nichts zu sein, das man übersehen haben könnte. Huch. Tja, irgendwas hat es jetzt hier scheinbar verpackt, irgendwie. Da geht es jetzt nicht weiter. Keine erfolgreiche Meldung der Mission. Ja. Tja, irgendwas hat es jetzt hier scheinbar verpackt irgendwie. Ich speichere den Spaß trotzdem mal ab. Oder hier oben irgendwas auf dem Berg übersehen. Hier oben. ... ... ... ... Naja, würde man ja direkt, äh, das würde man ja sehen jetzt hier. Ne, wir haben alles erkundet und es ist aber nichts, nichts mehr zu machen hier anscheinend. Ja, das haben wir gesehen. Ich hätte gern die Zusammenfassung. Ein Energieausstoß wurde südlich unserer Position gerade durchsuchen und sichern sie das Gebiet. Und vielleicht muss ich auch, äh, na gut, teile ich finde ich jetzt zwar eher unrealistisch, aber vielleicht muss ich hier unten auch noch irgendwie ein bisschen Bewaffnung bauen, dass die dort gar nicht erst hinkommen. Mit den Fahrzeugen. Das würde ich mir jetzt so unter Gebietssicherung vorstellen. Ein paar Wachtürme dorthin, dass die Gornias die Möglichkeit haben, da irgendwas zu reißen. Das könnte es vielleicht sein. Wir probieren das nochmal aus. Das ist einfach mal aus. Na, fahr doch dorthin, ich hab dir doch gesagt, du sollst dort so ein Ding aufbauen. Vielleicht versteht das Spiel ja das unter Sicherungen. Konstruktion abgeschlossen. Sollte. Sollte. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Hmm, sehr dubios das Ganze. Konstruktion abgeschlossen. So, wenn die jetzt dort lang kommen, dann werden die erstmal schön hier ins Kreuzfeuer genommen. Ob es das jetzt genau das ist, was wir machen müssen, ist mir jetzt ehrlich gesagt unklar. Müssen wir nicht einfach hier, hier rechts muss es doch irgendwie weitergehen. Wir haben jetzt das Gebiet hier gesichert. Hier steht noch ein Panzer rum. Hier oben waren wir ja schon. Wir haben da was übersehen. Schicken wir mal einen hin. Fahr doch mal dorthin. So, man kann ja auch noch auf die Karte klicken. Kann man so ein paar Panzer hier verteilen auf der Karte. Vielleicht passiert ja was. Wenn ich ein bestimmtes Gebiet aufgedeckt habe. Oder man muss warten, bis die Stunde abgelaufen ist. Also, was ich aber für unrealistisch halte, weil das musste ich ja beim ersten Missionsteil auch nicht machen. Dann gibt es noch irgendwas zum erforschen. Nee. Irgendein Fahrzeug zum Entwerfen. Ach, da gibt es auch noch ein Fahrzeug mit einem Sensorturm. Ja gut, finde ich zwar ein bisschen sinnlos jetzt, aber... Wir bauen einfach mal ein. Daran soll es nicht scheitern. Oder man muss alle Gebäude hier zerstören. Aber das ist ja eigentlich ordentlich, wenn die nicht belegt sind. Macht das ja eigentlich gar keinen Sinn. Außerdem, na gut, da oben sind noch welche. Na gut, machen wir die einfach auch mal platt. Vielleicht ist es auch das. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber wir probieren es einfach mal aus an der Stellung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, hm. Hier ist unser Sensortfahrzeug. Was kann das eigentlich? Nichts. Das kann aber hier reinfahren, aber hier war auch nichts. Tja, das ist jetzt ein bisschen dubios. Jetzt weiß ich nicht mehr, was hier noch zu tun sein könnte. Wir haben eigentlich die Mission so an sich oder den Teil der Mission erfüllt. So rein theoretisch. Fabrik, Kraftwerk, Ölbohr, Turm, Forschungseinrichtung. Hm. Was ist denn hier rechts zum Beispiel noch? Anscheinend. Anscheinend nichts. Sonst würde er dort weiterfahren oder irgendwas auslösen. Das Kraftwerk kann auch was bauen, sehe ich das richtig? Nee. Weil ich jetzt hier so draufgeklickt habe und da kam hier oben sofort das Menü. Also ich bin der Meinung, das Level ist hier geschafft und es gibt da eigentlich jetzt nichts mehr weiter zu tun. In meinen Augen. Die kriegen jetzt erstmal alles hier, irgendwelche komischen Arbeiten. Irgendwelche komischen Aufträge. Ich will mir das nochmal angucken. Kommander? Das denn? Finden und bergen Sie Technologien. Haben wir ja gemacht. Für eine Basis haben wir gemacht. Dieses Gebäude enthält Technologie, die lebenswichtig für den Erhalt des Projektes ist. Und hier Energieausstoß wurde südlich unserer Position geordnet durchsuchen und sichern Sie das Gebiet. Das habe ich doch jetzt eigentlich gemacht. Da muss man einfach warten, bis hier die Zeit abläuft. Das finde ich ein bisschen sinnlos eigentlich. Könnte man natürlich machen. Aber wie gesagt, irgendwie wäre das dann ein wenig sinnlos. Wie gesagt, wenn es euch langweilt hier, dann tut es mir leid. Aber irgendwie will das Spiel jetzt nicht so sehr, wie ich will. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ob wir ja wirklich irgendwas übersehen haben. Aber ich denke mal, ich werde einfach gleich mal die Aufnahme stoppen. Dann ist es eine Dreiviertelstunde erreicht und dann gucke ich mal im Internet, ob ich irgendwas dazu finde. Weil ich glaube nicht, dass das so ist, dass das so richtig sein soll, dass man hier warten muss. Und deshalb speichere ich an der Stelle einfach nochmal ab und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich werde das einfach mal dann versuchen rauszufinden, warum das hier nicht weitergeht. Ja, danke, bleib friedlich, auf Wiedersehen, tschüss.